Ich bin jetzt hier am letzten Busch. Diablo? Ja? Was? Ich liebe deine Angaben. Ich bin 33,4 Meter hinter euch im Penel. Meine Fresse, ey. Was für eine Straße? Die Hauptstraße. Schüsse, 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 Schüsse. Ruhe. Schüsse, Schüsse. Schüsse, Schüsse. Schüsse, Schüsse. Schüsse, eventuell. Irgendwo, ich glaubte hier oben auf dem Dach drauf. Auf dem Turm seh ich nichts. Also auf dem Schlot. Jo, safe. Seid ihr alle an dem grauen Gebäude mit dran? Jo, ich bin hier bei dir. Ich bin an der Wand. Ich bin an der Mauer. Gucke schräg auf das Ding drauf. Also die Mauer bei den Schienen, ja? Ja. Du hast dir irgendwie eine teilgedeckte Stellung. Ich hab gedacht, das ist von hier gekommen, deswegen gucke ich hier gerade. Schüsse, weiter, weiter. Ja. Verschiedene Schüsse. Was war das? Das kommt von vor uns. Alles klar. Wir gehen links in Stellung. Ich komme hinter euch. Ist der da oben drauf oder was? Wirklich. Auf den Silos oder was? Pass auf, sie könnten auch auf dem blöden Krankenhausseiten sein, ne? Ich guck gerade. Ähm. Silos da vorne, da kann man auch hoch. Auf beiden Seiten halt, über den Schienen. Ich bin jetzt hier am letzten Busch. Ja, hallo? Ja? Was? Ehrlich? Ich liebe deine Angaben. Ich bin 33,4 Meter hinter euch im Penel. Meine Fresse, ey. Nice, siehst du. Jetzt weiß ich, wo du bist. Ich find's immer wieder herrlich. Und ich will ja nicht über so scheiß offene Gelände rennen. Ich bin ja dem letzten Hügel, bevor's zur Ebene geht. Alles klar. Geh rechts umfassen, teilgedeckte Stellung. Äh, Marsch, Marsch. Ja. Alles klar. Sicherung nach links. 11 bis 2. Jetzt ist nichts mehr zu hören, ey. Ich hab grad überlegt, ob ich mal aufs Krankenhaus traufe. Du musst gut verschanzen. Ja, okay. Dann lass uns das Krankenhaus gehen. Sturm auf, Marsch, Marsch. Ja. Boop, 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 boop. Ich bin vorne, ne? Warum geht denn hier? Wahnsinn, bei mir war das Tor zu. Stock 1 clear. So. Uhr 2 unter Stock auch clear. Pass auf die Fenster auch, ne? Bleib nicht irgendwo lange stehen. Oh, Tür ist zu? Alles klar. Bist du in Stellung? Bin in Stellung, bin direkt hinter dir. Eine Aufklärung. Okay, warte, ich nehm die Pistel. Dann kurz rein. Irgendjemand verbindet sich hier? Ne, ich krieche am Boden. Alles klar. Wo oben? Hier ist keiner. Okay, das Gebäude ist safe. Alles klar. Ich geh nach unten. Und überwache da den Eingang. Da! Spieler! Silos! Welche Silos? Richtung Schienen. Die vor uns waren hier. Großen, die Großen. Die 6er, 8er hier. Die erste Reihe hier. Ja, stimmt. Da hinten, tatsächlich. Der ist grad zwischendrin reingerannt. Ja, der rennt nach hinten weg. Guck mal, was von der Cripp da hat. Kann ich von hier nicht sehen. Der kommt gleich rechts rum, Gandhi. Ja, ich seh's. Also, nur sichere Schüsse riskieren. Wenn überhaupt. Ich hab nichts, womit ich anhalten könnte auf die Entfernung. Alles klar. Dann lassen wir das erstmal. Er rennt die Bahnschienen. Im Endeffekt... Aus wie... Frischspawn oder sowas. Ja, im Endeffekt ist eure Entscheidung. Wenn ihr den wegholen könnt, dann macht das. Ja, ist ein Fresh. Ja, dann lass das. Warte nur drauf, dass er irgendwo mal kurz stehen bleibt. Das kann sein, dass der hierher kommt. Ja, der kommt wahrscheinlich gleich ins Krankenhaus. Ihr müsst aufpassen. Bewegt euch am besten nicht. Ne, er rennt nach hinten weg. Er rennt Richtung... Elektro hin wieder. Rennt hier irgendwer von euch? Ja, das sind wir beide. Wir verschieben uns bloß eben schnell. Ich hab nichts Karschallgedämpftes, ne? Wenn er hochkommt, dann... ... ist er tot. Da. Er rennt wieder zurück. Komm Kollege, bleib mal kurz stehen. Ja, Frischspawn brauchen wir jetzt nicht wegholen. Der hat schon was. Also ganz fresh ist er nicht. Er hat einen Rucksack, er hat Klamotten. Ich weiß nicht, ob er eine Waffe hat. Das ist weit weg. Er rennt nach hinten weg. Richtung Hochhäuser. Oh, hab ich mich erschrocken. Heilige Scheiße. Wer schießt da? Ich. Das ist... Bitte an. Eska, Alter. Problem ist, du hast jetzt unsere Position verraten. Jopp. Und ich hab mich fast angepiepert. Du hast ihn erschossen. Der ist tot. Oh. Nice. Der liegt hier. Guck mal, ob er irgendwas Gutes dabei hat. Ganz schnell und dann komm wieder zurück. Ich hab mich... Ich hab mich... Äh? Leute... Ach das... Hör auf, der ist doch eine alter Schwäche gestorben. Der hat... Nö, gar nichts dabei. Also er hat... Ein... Hat gerade einer von euch gesprochen? Fanglas mitnehmen. Okay. Du warst das mit Fanglas. Nee, er hat nichts... Er hat nichts... Er hat nichts Besonderes. Ich. Ich komm rein. Alles klar. Mach die Tür zu, es zieht. Ich will kein Schnupfen. Mach du doch. Du Wichser. Halt Parole. Ey, der rennt einfach weiter. Erschieß ihn. Nein. Der ist... Der ist zu hässlich. Wer hat... Ja, du... Behindy-Kindy, Alter. Alter. Wer hat denn jetzt... Wer war das? Wie? Nein, 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 nein. Ich war's nicht. Alter, dann wurdest du jetzt aufgeklärt beim Reinlaufen. Nein, er hat auf mich geschossen. Gar nie. War's das wirklich nicht. Ich war es hundertprozentig nicht. Bei meinem Stream. Alles... Ja, ruhig jetzt. Dann ist alles klar. Dann hat er wahrscheinlich hier aus dem Fenster, worauf ich gerade schaue, geschossen oder aus dem dahinter. Dann wissen wir schon mal, aus welcher Richtung er kommt. Ja, Blue? Von dir aus gesehen, aus dem rechten Fenster, ist es möglich, dass er von da geschossen hat. Honey? Ja? Äh... Warte, ich muss jetzt mal gucken, welche Himmelsrichtung das ist. Ist das in die Stadt rein? Also du... Du... Police Station. Weißt du... Okay. Du wirst getroffen? Ja, ich weiß. Alles klar. Zieh dich erstmal zurück. Wir haben nahe sich gerade alles da. Du kannst erstmal ein bisschen safe gehen. Aber von wo? Position über uns oder auf gleicher Höhe? Ja, wahrscheinlich sogar über uns. Du sagtest. Also Police Station kann ich nichts aufklären. Die Silos haben eine sehr gute Position, um auf uns zu schießen, ne? Ja. Was up, buddy? Alles klar, wir kriegen Besuch. Hier oben spricht einer. Ja. Du wirst sterben, Bray. Du wirst sterben, Bray. Du wirst sterben, Bray. Was willst du, mein Freund? Was willst du, mein Freund? Entweder hier oben oder unten. Wahrscheinlich ein Hacker, oder? Ich liebe Games. Ich liebe Games. Und du? Und du liebe Games? Warte mal. Cheating, buddy? Neue Cheating? Du? Hockt den Fahrstuhlschacht oder was? Pfff. Weiß nicht. Kann denn der auf uns schießen? Hey, Bro. Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Er hat eine Englische Milder. Er will uns töten, Alter. Fröhliches Sterben. Ja. Oh, scheiße. Ja, ja. Good luck, my friend. Good luck and... Go die, my friend. Go die, my friend. Do you like grenades? Oh, I love grenades. Na, die Tür oben habe ich von hier unten. Aus dem unteren Stockwerk im Blick. Okay, Schüsse? Ja, hier ist einer. Ist einer von euch down? Nö, ne? Ne, ich habe ihn nicht richtig getroffen. Alles klar. Gar niemand immer. Der hat da gerade auf der Ecke gepiekt. Oder wolltest du einen rushen? Ich muss das erst machen. Ich habe ihn. Ist down. Ich bin unconscious. Ihr müsst aufpassen. Ich weiß es nicht. Ich habe nur einen gesehen. Ihr müsst aufpassen. Ich bin unconscious, ne? Ich muss irgendwie verbunden werden. Ich blute wahrscheinlich. Diablo? Und einer? Ich bin da am Nachhinein. Ja, ja, kein Problem. Also guckt mal ein bisschen vorsichtig um die Ecke. Da schießt irgendwas. Da geht es um die Ecke ab. Pistol war das glaube ich, oder? Ich auf ihn. Oh, der hat da AK. Ja, ja. Ja, wir müssen Gangi holen. Okay. Ja, mach doch. Alles gut. Sichert sonst euch erstmal selber damit. Da sind noch Gegner. Ihr wisst nicht wie viele. Das ist halt erstmal Vorrang. Ich habe ne Idee. Einer stürmt raus und guckt, ob jemand außen geschossen wird. Ne, einer muss durchs Fenster geschossen haben. Ach so. Ich habe gedacht, der war hier. Oder hat der dich erschossen? Nein, nein, nein. Der Typ. Wir haben nicht ewig Zeit. Wir müssen ja wiederholen. Wo liegst du denn überhaupt? Ich werde schon versorgt gerade. Alles klar. So. Hey, buddy. Hey, buddy. You're alive? Are you dead? Are you dead? I'm waiting off a grenade. I'm waiting off a grenade. Oh. I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting. Ich laber nicht so viel, sonst höre ich gar nichts. Doch, egal. Ich bin da. Ich habe den gar nicht gehört. Lackert nicht an mir. Du musst dir seine Schulter hier sehen. Hat jemand einen Sellenberg? Negativ. 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 Tschüss. Okay, schüsse. Komm zurück. Jaja, der versucht durchs Fenster reinzuschießen hier. Okay, dann ist er zumindest nicht alleine. Aber wir konnten, glaube ich, seinen Kumpel looten, right? Ich gehe jetzt da weg. Ich gehe jetzt hier vorne wieder weg. Der hat neben mir in die Wand eingeschossen. Ich sehe den Spieler. Wo ist er? Wenn du hier aus dem Fenster rausguckst, hast du zwei kleine Silos. Neben dem großen Tower, da liegt er oben drauf. Wenn ich jetzt wüsste, das sind 100 Meter, glaube ich. Ja, ähm, orientier dich kurz und sag mir bitte, welche Himmelsrichtung. Ich liege doch neben dir. Ganz oben? Bist du das? Ja, ja, ja. Achso, ich dachte, das wäre gar nicht. Hier, die Richtung. Ich bin... Alles klar. Ich bin unten im Flur mit Diablo. Das Problem ist, wenn ich jetzt aufstehe... Nee, nee, bleib mal liegen. Dann... Okay. Sieht der nicht. Ähm, zwei Silos sagtest du, ne? Die zwei kleinen Silos. Du hast das große Gebäude rechts und dann hast du zwei kleine Silos da vorne. Oder davor. Und da hockt er oben drauf. Auf dem ersten. Von welcher Richtung? Du meinst da hin, irgendwo, ne? Richtung Police? Na, wenn du jetzt hier guckst, hast du links auf der Seite den kleinen blauen Bauwagen. Lass die mal machen. Und rechts davon hast du zwei kleine Silos. So Trichter. Und gleich auf dem ersten hockt er drauf. Ach, die Dinger! Ja, da oben ist er drauf. Du meinst die, ähm... Ja, okay. Die Zementdinger, weiß ich nicht. Ja, nennt man das eine Bombe im Zement... Also im Maurer-Jargon. Sind das 100 oder 200? Das sind maximal 100, oder? Egal. Los! So, jetzt liegt da noch was? Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Habt ihr nicht drauf? Ich muss nachladen. Wir haben alle mal getroffen. Ja, ich muss auch nachladen. Also ich denke, ich hab ihn all zweimal getroffen. Aber ich bin mir nicht genau sicher. Das Blut hat auf jeden Fall bei uns gespritzt, als wir eingelegt haben. Ja, dann beobachte ich jetzt weiter, ob er sich verbindet oder so. Der müsste sich ja... Ich glaub, der macht nix mehr. Ganni, willst du hinlaufen? Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen... Anni, Diablo, habt ihr irgendwas in Bewegung gesehen? Nö, ne? Negativ. Alles klar, dann würde ich sagen, Ganni, geh los. Mhm. Ich... Geh jetzt nach unten, Absicht. Auf der Seite, wo du jetzt runterkletterst, müsste bei dem Dinger dein Leiter sein. Ja. Jetzt seh ich die auch. Gott, oh Gott ey. Das muss ja meiner. Blacks take it easy. Wer ist grade? Keiner. Ich jedenfalls nicht. Alles klar. Schüsse! Ja, dann hau ab da. Ich bin tot. Nein. Aber da lag ne Leiche. Da lag ne Leiche obendrauf. Ja, ja. Wo haben wir uns geschossen? Ich... Von hinter mir, hinter mir. Aus der Position in der Richtung weiter. Und dann hinter mir links, hab ich das gehört halt. Da steht er. Da steht er. Vorsicht! Auch wieder Nubi. Ja. Wahrscheinlich der gleiche. Lass uns... Ich bin down. Okay, nice. Hast du mich gerade erschossen? Ich hab dich nicht erschossen. Aber, äh, das war Absicht von denen. Kacke. Wir waren zu stationär. Die haben gesehen, von wo wir geschossen haben. Und, äh, ja. Ja, das Zeug liegt hier noch. Bewegt eure Ersche hierher. Ja, ich... Wir sind doch unterwegs. Wir mussten jetzt gerade kurz innehalten und hier was trinken. Ansonsten wären wir nicht angekommen. Du und deine scheiß faulen Ausreden. Jojo. Jojo heißt, leg mich im Arsch. Ja, mir der gleiche, Alter. Das kannst du auch durchgehen. Auch zu ersaufen. Nee. Tut mir leid, du hast keinen hübschen Arsch. Weil du doch weißt, wie der aussieht, du. Hab mir deine Mama erzählt. Oh, für Hanni ist hier ein Rucksack. Ich hab mir so Rucksäcke und Pilze... Nein, Mann, Hanni. Ihr musst... Ehm... Oh... Hot schnell. Was ist euer kackt Problem? Geiß in den Wald, du Arsch. Der eine sagt, wir sollen uns beeilen, weil... 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 Äh... Rauchen will. Und jetzt wird der Stress machen. Ganz ruhig bleiben. Willst du den Parfum, oder was? Du... Du kannst dir Parfum auftragen, du. Was? Du kannst dir Parfum auftragen, du. Auf... Fang auftragen? Du kannst dir Parfum auftragen, ja. Parfum. Genau. Hat er nicht verstanden. Dafür brauchst du... Brauchst du zweimal IQ. Der Insider kenn ich nicht. Schießt... Wer schießt da auf mich? Ich. Sorry. Hier schießt einer. Hier ist einer bei uns. Ich bin down. Ja. Ich hab's gesehen. Der Typ schießt auf mich. Alles klar, wo seid ihr? Seid ihr fast da? Nein. Shooting on UBs? Really? Zwei Leute. Zwei Leute waren's. Einer hat mich von hinten erschossen. Und... Insider hast du den durchgeladen? Nein, hab ich nicht. Ich war's nicht. Ich hab auch draußen Schritte gehört. Als die Behinderten angefangen haben zu... Hier lockt sich jemand ein? Er ist tot. Hast du den erschossen? Natürlich hab ich den Pesser erschossen. Das war ich. Noch einer. Zwei, zwei. Diablo nach oben. Da ist noch einer. Da haben sich zwei eingeloggt. Hau ihn weg. Fuck off, Alter. Wie weit oben? Ja, bei mir oben. Ganz oben. Einer ist tot. Der andere schwirrt da noch rum voll equippt. Ui. Bin ich nicht jetzt? Töt ihn. Renn rein. Rush rein. Und töte diesen wohl. Töte alle. Töte alle. Alles klar. Da war noch ein dritter. Noch ein dritter? Ja, jetzt ist ja kein Problem bei euch, oder? Nice. Dann kann ich ja eine rauchen. Ich bin kurz vor Ciano. Gespawnt. Mal gucken, ob ich wieder aufwache. Ich weiß es nicht. Die werden dich ficken. Bin kurz vor Ciano gespawnt. Ich warte noch, bis die Diablo ficken und dann geh ich rauchen. Hä? Du bist doch noch da am Leben, oder nicht? Ja. Ich bin unconscious. Ich bin tot. Also L-Side ist tot. Ja. Die anderen sind unconscious. Achso. Er war aber tot. Ich habe ihn weggerutzt. Oh, hier ist er noch. Mit dem Basi. Hau ab. Hier sind alle Leute tot. Ich bin auf jeden Fall hier wieder. Und hab ne AKM. Bist du im Krankenhaus drin? Jo. Komm mal grad rein. Geh mal ganz nach oben. Da liegen... Ich weiß nicht, wie viele Leichen da noch liegen. Hier liegt ohne Ende. Ich komm jetzt rein. Okay. Da ist sonst keiner. Da ist ein Zombie unter uns. Ja, ich weiß. Ach, sorry. Stimmt, der ist da. Den musst du totkloppen. Hast du irgendwas? Nein. Woher? Dann rennen wir wieder raus. Ich such mir eine Axt. Ich hänge. Ja, warte mal. Au. Geh mal weg von ihm. Warte, warte, warte. Er ist da unten. Ganz, ganz oben. Ich hab ihn gekillt. Wohin laufen wir denn raus? Links, rechts, geradeaus? Gute Frage. Gani? Ich hab ein Standbild. Oh, da bist du. Direkt hier hoch in den Wald, oder was? Ja, wer ist der Anlaufstelle? Okay, dann lass uns hier verpissen. Alle da? Eins, zwei, drei. Nice. Direkt hier, quasi, äh, zwölf Uhr hoch in den Wald, rechts von den Hochhäusern. Hm. Kann ich auch nicht, auch nicht ganz ungefährlich, aber besser als gar nichts. Wir haben einen roten Rucksack, einen kleinen Schultrinister, grün, und, äh, warte, einen, was ist das? Rote Armbände, was hast du für'n Rucksack? Das ist ein Dings, nen, nimm mal das denn, dieser, äh, ja, Oliver Backpack ist. Ja, ich weiß was meinst, Oliver Backpack. Sacharmer Backpack. Ja, ist doch geil. So, wir haben auf jeden Fall dieses Scheiße, dass wir ein bisschen drauf achten und uns nicht gegenseitig übern Haufen ballern. Okay, Tankstelle ist safe. Uh, ich bin grad dumm gelaufen, aber ich bin noch hinter euch. Nice. Naja. Wir sind zwar mit weniger Equip rausgegangen, als wir reingegangen sind, aber davon haben wir ein paar Leute gekillt. Ja, so viel weniger kann's aber nicht sein. Ich hab mehr Equip als vorher. Also ich hab jetzt ne AK. So, das ist die einzige Verbesserung, die... Ich hab ne leere. So bleib ich denn hier ständig hängen, verdammte Scheiße. Ist das ne AK? Schuss! Schuss! Auf mich wird geschossen. Aus welcher Richtung? Aus welcher Richtung? Von hinten, von der Stadt her. Ich, ich hör nichts. Die schlagen bei uns hier im Gras ein. Ja. Boah, das will ja natürlich nicht rausgehen. Ich hör gar nichts, auf mich wird auch nicht geschossen. Denn verschwindet im Wald, so schnell wie möglich, so weit hoch wie möglich. Lauf... Schuss! Schuss! Alles klar. Ich war's nicht. Direkt vor mir läuft einer. Hau ihn weg! Einer hat ne schwarze Weste auf. Ne, warte, warte, warte. Schuss! Wer hat geschossen? Ich hab geschossen. Hast du ihn? Nein. Negativ. Ich bin rechts von dir. Wo ist er? Geradeaus zu... Ich seh ihn nicht. Ich hasse die scheiß AK mit dem Ding. Alles klar. Ich bin rechts. Ich bin jetzt über den Weg hinaus und... Ich folge ihm gerade. Seh dich nicht. Okay, ich seh dich. Bin re... Ich bin weiter rechts. Er rennt in die Stadt rein. Sehen. Liegt am Boden. Sehen noch nicht. Ist er bei den Schienen schon? Der ist... Ne, der ist... Der hat sich hier oben irgendwo hingehauen. Alles klar. Ich bin... Ich seh ihn. Der ist hier vorne in der Buschgruppe drin. Ist mehr als einer, glaube ich. Er rennt zickzack. Ich bin hinterher. Vorsicht, ich bin der mit dem Rucksack. Check. Ich bin getroffen. Ich muss mich hinlegen. Ich bin down. Alter. Fuck. Hitbox. Hab ihn. Schieß doch noch wer, oder? Ja, das sind mehrere. Tickzack weg. Los, 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 los. Weg, weg, weg. Ja, jetzt bleibt er stehen. Ein Stück zurück. Bist du down? Ja, ich bin tot. Okay. Ich hasse dieses Visier. Jani und Diablo sichern seine Leiche. Irgendwo ist hier noch ein Schütze. Ich zieh mich weiter zurück. Ohm beim Haus oder sowas. Ja, ortet das. Bleibt nicht einfach so auf dem Gelände stehen. Zieht euch ein Stück zurück, wenn es sein muss. Geht wieder an die Teilgedeckte. Also in die Gedeckte Stellung. Ohm am Haus. Ohm am Haus. Ohm Haus. Geht jetzt noch das Grüne? Das Blute nicht. Ne, das, das, äh, äh. Halb auf dem Hügel ist da. Das ganz rechte, das ganz rechte davon. Recht um Landesinnere, ja? Das rechte, neben dem grünen. Alles klar. Ich hab keine Munition mehr für meine AK. Ich komm jetzt nach Elektro. Ja, renn am Strand. Renn am Strand. Am Strand? Renn am Strand. Da, der rennt hinterm Haus. Scheiße, ich hab keine Munition mehr, gar nichts mehr. Ja. Auch ruiniert. Waldkante. Waldkante hinterm Haus. Rechte Hand. Äh, rennt nach rechts rüber. Okay. Äh. Behalt ihn. Da, Freisfeld. Alles klar, ich geh mit der Axt auf ihn. Ich seh ihn nicht. Jetzt liegt er. In dem kleinen Busch. Ich bin hinter dir, ne? Du bist das mit dem, mit dem großen Rucksack, ne? Diablo? Ja. Alles klar, ich bin rechts von dir. Da geht ein Weg lang. Wo beim Weg? Okay, warte, warte. Du, du guckst in die richtige Richtung. Ich bin rechts von dir. Äh, Gani. Ja. Ich seh ihn nicht. Da ist das Haus, genau. Und ich renne jetzt mit dem Hammer nach vorne. Okay. Rutter Rucksack, markant. Ich hab keine Munition mehr, deswegen. Er liegt, ich glaube er ist da unten. Ich prüf das. Bleibt in Stellung und überwach das. Wo liegt er? Äh, von dem kleinen Haus aus. Schuss! Ich bin getroffen. Deckung. Stellungswechsel, Deckung. Ich bin nochmal getroffen. Ja, Stellungwechsel, Deckung. Ich bin tot. Ja, Mann, ich konnte nicht mehr. Er hat Beine gebrochen. Alles gut, alles gut. Ruhe jetzt. Hast du gerade über der Schienen gelaufen, Greg? Naja. Ich hab einen Helm auf und einen blauen Rucksack und bin schwach. Nee, dann wisst ihr das nicht. Der ist nämlich gerade über der Schienen getappt hier hinten. Ich weiß nicht. Ich bin gerade ab am Strand, wo die Boote sind. Von dem Turm. Dann leg ihn um. Ja, der ist gerade im Busch drin. Ja. Die beiden Häuser sind safe, also sind der wahrscheinlich ausgelockt oder weg. Keine Ahnung. Und tot. Was? Du? Ja. Die haben einen Runner. Einer durchgelaufen oder was? Ja, ja. Nubi. Das haben wir vorbeigelaufen und sobald ich mich bewegt habe, klack, 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 hatte ich für mich in der Fresse. Heuer. Ja. Ja. Ist das besser.